mittwoch der 13 dezember 2023 hallo und herzlich willkommen zum neuen video wir machen heute das türchen auf beginnmarkt der netto die kirche das kauflands adventskalendertürchen jetzt geht es da runter da hin könnte all die sein kommt auch die kerze so das dürfte lidl adventskalender sein aber auch hier die kirche komischerweise ist dann nix wieder mal dann gehen wir schnell weiter zu dem zweiten geschenkten adventskalender aus dem aldi da ist das türchen schneemann halt und damit sage ich mal bitte like das video lassen aber da wir sehen uns auch am morgigen donnerstag